hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu city skylines und ich habe mich gerade hier wieder verbunden und sieht das hier und ist klar woher das kommt aber also 90 prozent der fahrzeuge wollen einfach nur umdrehen ich weiß nicht wieso sie das nicht okay weil es hier nicht möglich ist die wanden fahren wahrscheinlich aus irgendeinem grund nach darauf und wollen eigentlich gar nicht hin bedeutet ich würde sagen wir machen hier irgendwo eine möglichkeit dass die wieder wenden können ja es ist gut dass ich land kaufen kann aber ich muss erstmal irgendwie ein stauproblem lösen so autobahnausfahrt das jahr ist es wieder fast eine woche her dass ich das spiel gespielt habe deswegen muss ich so ein bisschen was wir reinkommen das muss ich doch eigentlich nur so rüber und zack dann haben wir direkt eine wendung ja außer dass halt das endstück hier falsch rum ist aber jetzt hat sollte das doch klappen oder jetzt rein theoretisch können die fahrzeuge die wenden wollen einfach abwenden oder sie zahlt so eine drehschleife die zeit beschleunigen kommen nimmt jemand die abfahrt kommt schon ja erster okay das lassen wir machen jetzt hier noch so dass wenn man hier abfahren will muss man die straße verwenden und ansonsten nimmt man den spuren die spur hier ich weiß nicht ob das jetzt so klug war aber ich habe glaube ich den sonst nichts anderes erlaubt oder habe ich euch hier irgendwas er soll es will nicht einfach viel wenden als gefühl also ich klinge auch die hier die möglichkeit in alle richtungen jeweils zu wenden ist natürlich klar dass die sich ein rein sollen wie sie können aber jetzt ist der stau instant weg es war echt nur das problem dass die leute alle halt eigentlich hier irgendwie wieder in die stadt wollten warum wollt jetzt alle hier rein okay jetzt fahren die hier wieder so rum und haben was vor aus irgendeinem grund es ist dieser kurzzeitige gleich moment gewesen wo sie alle nach der abgefahren sind das war nicht auch die ganzen lkw und jetzt haben wir hier natürlich einen dementsprechenden stau die fahren jetzt nach der ab und was macht jetzt hier den stau wieder also eigentlich ist hier nicht so viel stau ist einfach nur verdammt viele leute wollen hier rein und das ist irgendwie unverständlich wieso wollen denn ihr wollt ihr denn alle nacht da also jetzt mal ohne scheiß was wollt ihr denn da und vor allem die was dadurch dass natürlich die leute oh gott oh gott dieser stau hier der ist ja oh gott das war jetzt irgendwie nicht so geplant sind die viele fuß ich muss mich mal kurz ablegen die sind ja einigermaßen fuß wie schaut es mit unserer transport system aus 2000 leute oh gott also das ist ja richtig gut geworden das hätte ich jetzt echt nicht gedacht die leute beschweren sich immer noch wegen lärm und hier ist irgendwie mal wieder ein extremer stau vielleicht sollte ich hier sagen nix ampel und hier auch nix ampel da muss ich natürlich wieder die vorrangschild einstellen ihr habt nicht den vorrang ihr habt auch nicht vorrang so ach so leute du bist zum abbiegen nach dada du bist zum abbiegen nach dada du bist auch noch da ab du fährst auf die spur hier du auf die spur hier und ihr könnt euch dann entscheiden ob ihr hier oder hier hin wollt ok machen wir es so guter deal so warum steht ihr jetzt hier noch aber ihr hier rein wollt gott was für ein stauproblem habe ich denn hier erzeugt ach du scheiße okay noch mal kurz pause scheiße oh okay also innere spur ist immer nur zum abbiegen da und zwar irgendwie eine ich muss das jetzt grad hier voll durchdenken das ist echt voll heftig zu überlegen wie h genau muss also ich würde nie also wenn ich in echt eine scheiß straße bauen müsste ne es würde genau so enden wie jetzt hier weil ich einfach zu doof wäre so was richtig zu planen ich wüsste nicht wie so okay und dann haben wir dich noch auf die braun komm schon so und grad aus der so du siehst alles straßen haben ja und dann sollte sich das doch jetzt einigermaßen hoffentlich aufteilen oder ich mag nicht eigentlich nicht schon wieder ein kreisel bauen aber das problem halt mit dem äh guck mal wie fahrt ihr bitte willst du mir grad verzinnen dass die hier abbiegen was ist das denn das ist nicht der schnellere weg das ist der kompliziertere weg der mir mehr stau verbreitet auch weil die alle auf der einen spur stehen und ich glaube ich habe die nur zum abbiegen oh ähm Leute ihr dürft gerne nach da drüben aber auch das sollte jetzt nicht so machen weil sonst haben wir hier ein problem ihr dürft in beide richtungen wechseln so aber jetzt hat sich ja einigermaßen langsam jetzt muss bloß der ganze stau oh 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 ey was habe ich denn für stauteile gebaut also das hat sich jetzt mittlerweile wieder gelöst das ist doch schon mal gut das eck hat sich auch gelöst im grunde muss ich nur noch das hier auflösen aber das geht relativ schnell also es geht ja echt schnell es müssen halt nur die paar leute die hier sind also so viel sind es gar nicht mehr also es geht gleich schneller warte mal wir schauen mal ja es geht schneller weg als das neue kommen weil das problem haben wir auch bald und außerdem ist ja eh bald geplant hier noch eine neue anbindung an die autobahn zu machen bedeutet wir haben aber auch jetzt kein problem mehr irgendwo doch hier haben wir irgendwo ein müllproblem es kann doch gar nicht so akut sein weil jetzt müsste doch langsam der müllwagen oh was ist denn hier los hier ist irgendwas abgerissen das habe ich gar nicht mitbekommen aber irgendwie unsere müllwagen bringen sich nichts doch jetzt wird der Müll hier abtransportiert aber auch nichts alles toll hier fahren tausend Müllwagen rum und die kriegen nichts auf die Backe was ist das denn aber warum steht hier schon ich gucke in irgendeinem Teil meiner Stadt und ich sehe nur Stau was ist das denn ok hier ist ein der Kreisel ist auch mittlerweile wieder ein oha ok ich sollte echt nichts außer Acht lassen was ist denn hier schon wieder der Kreisel steht weil hier die Leute stehen mal hä ne die fahren in die Richtung und weil hier die Leute drüber gehen oder was passiert hier also der Kreisel hängt halt halb irgendwie immer was ist hier das Problem das Problem ist haben wir hier Richtlinien eingeführt dann sagen wir das ist Haupt und das ist Neben und das ist Nebenstraße so das erstmal Leute ich habe euch grad Regeln auferlegt also haltet euch dran verdammt nochmal so Müllbäcke ja ich habe gerade überall Stauproblem also ich glaube wenn wir uns Scheiße was was soll ich tun ich habe keinen Plan mehr ich überlege hier gerade ob es schlau wäre hier noch irgendwo eine Autobahn also hier noch eine Autobahn Anbindung zum Beispiel zu machen an beiden Seiten die hier auszubauen und die hier auszubauen dann müssen wir die Straße hier halt dementsprechend einmal biegen aber wir haben gerade eine durchschnittliche Vergessung von 28% weil halb die Hälfte der Stadt steht wie geht das ok dann heißt es wohl wir müssen einmal unsere Autobahn anpassen bauen sie mehr Industriegebiete ich sehe grad hier nur überall Probleme weil halt die halbe Stadt steht und der schreibt mir bauen sie mehr Industriegebiete ey da habe ich noch mehr Probleme hallo hier steht alles die stehen schon hier rein ach was habe ich getan was ist hier los unser Wasser sagt auch mittlerweile schon ich bin verrückt also allein schon hier weiß ich schon hier steht halt alles war das in der Mitte eine schlaue Idee ich weiß es nicht wie würden gibt es so ein kann man hier so ein Kreuz einbauen wenn wir hier in die Mitte so ein Kreuz reinsetzen es wäre verdammt laut das machen wir jetzt einfach scheiß drauf ich habe sonst keinen anderen ich keinen Plan mehr was wir machen sollen aber oh scheiße da ist ja oh ja das funktioniert jetzt nicht mehr wir haben da eine U-Bahn ach man ach komm was habe ich dir getan Spiel also hier muss jetzt dann eindeutig sowas hin weil weil halt äh Verkehr und so muss jetzt mal umgeleitet werden das ist jetzt echt kacke ich habe echt keinen Plan wie wir das am schlauesten machen können also die Städte hier haben absolut kein Problem aber ich weiß nicht wie ich das bitte schon hinbekommen habe das ist echt grad voll brainfucking irgendwie weil hier hinten wird ja alles klappen dieses System hier vorne habe ich irgendwie so beschissen gebaut dass es echt nicht beschissener geht und ja das ist jetzt hier halt dementsprechend doof wie ist denn eigentlich hier das Verkehrssystem so habe ich hier was festgelegt ja die dürfen nur nach da abbiegen und es darf keiner reinfahren und wenn ich jetzt sage die Leute hier dürfen auch nach da abbiegen und die Leute so und das hier weg bringt sich das was also nehmen dass der Stau noch schlimmer wird ey ich probiere doch schon alles wo ok ihr fahrt hier hin das Problem liegt wahrscheinlich wieder an einer bestimmten Stelle und zwar dass hier die Autos reinfahren wollen bedeutet wir ändern mal wieder das hier in eine einspurige Straße genau weil dann muss der Verkehr nach da ausweichen ha ich glaube jetzt ist so ein bisschen mein Verkehrssysteme gefickt oder? nö eigentlich nicht klappt noch relativ prima ja eigentlich ich sage einfach die kommen hier hin und du fährst dorthin und du biegst nach da während oh dann biegst du halt nach da ab statt nach da und du fährst hier rein habe ich in die Straße vergessen irgendwie nicht ne also wir müssen ja eigentlich den Verkehr hier wieder zum fließen kriegen irgendwie Problem ist die wollen halt alle aus irgendeinem Grund da rein wenn man das rein als ausfahrt baut also die Leute nur das geht auch nicht weil wenn sie da rein wollen dann äh haben wir hier das Stauproblem also rein theoretisch können wir auch sagen dass das nur die Ausfahrten sind nach hier draußen ah das ist grad einfach mein fucking ich würde sagen Leute ich denke noch ein bisschen nach und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ich hoffe euch hat's gefallen wenn ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und ja wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wo ich hoffentlich irgendwie den Stau lang so auflösen kann tschau everything changes